Oft bin ich in den Bergen unterwegs und da mache ich gerne solche Panorama-Aufnahmen. In Photoshop Elements 12 haben wir unter Überarbeiten einen Punkt, der heisst Foto-Merge. Ich gehe nun einmal hin und sage hier Foto-Merge Panorama. Ich wähle das an und ein Menü, ein Fenster öffnet sich, bei dem ich auf Durchsuchen gehe und nun in diesem Ordner meine einzeln aufgenommenen Bilder alle markiere und sage Öffnen. Ich sage OK und nun arbeitet Photoshop für mich. Die Bilder werden aneinandergereiht und man kann erkennen, auch die Übergänge, welche ich jetzt bei der Aufnahme nicht speziell mit einer fixen Belichtung mir die Mühe genommen habe, da hat man Belichtungsunterschiede, selbst die hat Photoshop ausgeglichen und jetzt fragt mich Photoshop noch etwas, was sensationell ist. Möchten Sie die Kanten des Panoramas automatisch füllen lassen? Und jetzt achten Sie mal, was geschieht, wenn ich hier auf Ja klicke. Jetzt geht Photoshop hin und wird im Zufallsprinzip, wie beim Bereichsreparaturpinsel, die Umgebung abchecken und platziert mir hier einfach in diesen Ecken, wo der Hintergrund gefehlt hat, im Zufallsprinzip die Füllung. Sensationell!